Epic Games verteilt an alle Spiele ein gratis Geschenk, weil es in letzter Zeit ab und an so ein paar Probleme mit den Servern gab. Als kleine Entschädigung gibt es hier also ein Geschenk und zwar ganz genau hier diese Lackierung Herzenslust. Die bekommen wir jetzt einfach mal umsonst. Wenn wir uns einloggen, kann es also sein, dass wir hier direkt so ein Geschenk sehen. Bei mir war es jetzt direkt am Start. Es kann auch ein paar Tage dauern. Es gibt aber eine kleine Voraussetzung und zwar musstet ihr euch vom 27.01. bis zum 3.02. eingeloggt haben. Also alle Leute, die sich in diesem Zeitraum eingeloggt haben, kriegen dann hier diese Lackierung einfach mal umsonst und die sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Die gibt es dann jetzt einfach als Geschenk und ich stehe es auch an der Seite mit diesem besonderen Geschenk. Bedanken wir uns für deine Geduld während der Serviceausfälle letzte Woche. Das ist damit halt gemeint, wie gesagt, vom 27.01. bis zum 3.02. Es kann aber auch hier wieder ein paar Tage dauern, bis alle Leute die Sachen bekommen haben. Bei mir, wie gesagt, kam es jetzt direkt. Es kann auch sein, dass es bei euch erst morgen und übermorgen ankommt. Aber wenn ihr in diesem Zeitraum gespielt habt, dann gibt es auf jeden Fall hier diese Lackierung. Hier sieht man sie auch nochmal. Ich wende die mal kurz auf alles an und da sieht man die nochmal auf den ganzen Waffen. Muss ich sagen, sieht wirklich nice aus und das sollte hier nur eine kleine Info sein.